Ach ihr müsst mich beschützen, kann das sein? Cushy, stimmt Cushy, du bist irgendwie voll umrandet. Ok Männer. Ich hab ein Team, da heißt ich krieg dich noch. Ich krieg dich noch. Vorsicht, oh. Nein. Keine Leiter. Au. Leute, wir müssen auf Cushy aufpassen. Da ist ein Feind. Oh, ich bin tot. Ja. Ach ja, mit V, genau. Sehr gut, Akin, hervorragend. Ja, genau, stimmt. Da hat man eben die Kenner im Team, beziehungsweise im Gegner im Team. So, chill mal. Ich hab ne Friend Request bekommen, eine Sekunde. Ja, 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 ich bin sehnlicht. Ja, ja, ich bin sehnlicht. Ich hab einen getötet, ich bin ein Held, ich bin ein Held. Oh, da ist irgendjemand, irgendeine Bitch oder sowas. Oh Gott, ich hab jemanden gekillt, glaub ich. Ich bin Warlord. Oh Gott, du killst jemanden. Bist gleich tot. Oh Gott. Äh, Leute, ich hab mich ja... Oh. Was Crazy Free so mit einem Stopp? Da hab ich eine PS4 und... Einmal entscheid ich mich für die PCC zu holen und da... Nein, man tut es aber echt schwach. Wenn du eine Konsol lasst, immer erst für die Konsol spielt, glaube ich. Was ist das? der Kollege gekillt. Wo kamen die Schüsse her? Ehm, hier. Oh, der Unke, der Unke. Fuck, 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 fuck! Mann, wir haben mit ihm vergeschnitten. Scheiße, ich stelle jetzt vor dem Butler, was machen wir? Hat einen Kiel mir weggelnt. Ich denke, sie suchen uns verstören. Manchmal sind wir halt Verteidiger und manchmal ein Greifer. Oh nein, ich habe einen Blue Screen, Leute. Super. Der Schüsse war super. Green Lantern. Agenten. Verstehe sie dich ziemlich bestimmt. Ich habe nur Agenten verstanden. Ich glaube, ich habe die Bombe oder so. Kann das sein? Ich habe den Kreis um mich drumherum. Ja, wahrscheinlich bin ich einfach nur cool und habe den Kreis um mich. Ja, das ist halt um mich. Eigentlich könnte ich mich jetzt die ganze Registrieren. Ja, ich habe Bro-Bro gekillt. Oh, ich bin tot. Ja, ich habe jemanden gekillt. Oh, bin tot. Und der Freistiel hat mich umgebracht. Ach, so sieht es aus. Ja, ich kann spielen. Ja, ich kann das. Schönen Dank auch. Der Freestyler schon wieder. Da schnittelt er mich einfach weg. Mich hat jemanden wiederbelebt. Wie geht das? Ich sterbe so schnell. Es ist gar nicht gut. Und ich sollte auch für Tetris zu spielen, ehrlich. Wie lange dauert es noch bei dir? Ey, ich habe direkt auf Stop gedrückt. Also ich klicke im Spiel auf Registrieren. Öffnet sich der Webbrowser im Spiel. Fehler für 3 zu 3. Ähm, öffne nochmal. Habe ich gerade eben auch das Spiel geschlafen. Aber jetzt, jetzt geht es nicht mehr. Jetzt muss ich... Oh, komm. Önkelchen! Was ist denn da geschehen? Kopf ab. Ey, krass. Aber direkt der nächste Peoplekill. Der hat mich so schnell weggenanzt. Schau mal, ich hab die Tür schon gemacht. Schau. Okay, kann man die jetzt auch wieder... Ja. Moment, Moment, Moment. Nein, 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 nein. Über dir! Ich hab doch. Aber ich hab doch. Oh, fuck. Die kommen runter. Oh, im Himmels Willen. Die haben Neo gekillt. Die Schweine. Ja, finde ich nicht gut. Sag ich als Frau oder als Mann spielen? Als Frau natürlich. Ja, Frau. Oh, dann endlich geschoben. Guck mal, der Konrad. Ich glaube, Konrad cheatet ein bisschen. War ein bisschen Crazy Flick, aber nicht im... In der... Ach. Ach. Okay, wie heißt du? Der Vizinator. Der Vizinator. Das macht natürlich Sinn. Je. Komm, bist geplantet, Leute. Wie kann man sein Emblem wechseln? Meint du einfach starten, ist egal. Ist egal, einfach starten. Ich glaube, jetzt die halbe Stunde ist es doch jetzt wurscht, mit welchen Emblem du wohnst. Ich hab auch einfach den... den Anfangsgnilig. Labern wir eigentlich die ganze Zeit. Vizinator erzählt nämlich, oder? Vizinator, sag mal was. Ja, hallo. Ich bin ja auch. Ich bin dabei. Du erzählst doch im Spiel. Im Spiel erzählst du auch. Im Spiel erzähl ich auch. Wie? Ja. Ich wurde getötet. Okay, Leute. Tut mir leid, wenn ich dich kenne. Das macht nicht alles cool. Wuppa. Beim Rest ist es mir egal, ob ich euch kenne. Boah, ich bin dement. Ich bin voll gemeint zu allen anderen irgendwie. Alles klärchen. Ja, wie ich ihn ge... Was? Assist? Ich raste aus. Ich wollte gerade sagen, wie ich ihn gepimmelt hab und dann... Und dann doch nicht. Deine Oma. Hey, ich guck da grad so einen Livestream. Da bist du auch dabei, Mensch. Du hast ja was gegessen. Die Junge, du hast dich so hungrig, ja? Ja. Ich hab dir vorsichtshalber 80 Kartoffeln aufgekocht. Komm mal vorbei. Boah, 80 Kartoffeln, Alter. Och. Ja, pein. Boah. Da geht der Kartoffelfetisch mit mir durch. Boah, ich hab ein Gefühl mit... Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, gut. Ich hab den Onkel per Headshot gekillt. Oh, gut. Ich hab eben in dieser Runde meinen ersten Kill gemacht. Und das war herrlich. Boah, ich hab sogar einen Kill mehr als du. Und ich war nicht mal genau so lang wie du in der Runde. Das ist unglaublich ist das. Das kann gar nicht sein. Das ist, weil ich dir den vorhin geschenkt hab. Ja, ja. Ja, ja. Manchmal will ich nämlich so, dass ich Leuten die Kills schenk, weil ich mir denk, komm, den kann ich auch verschenken. So viel Skill und machst eh noch ein paar Kills, da verschenke ich auch ein paar. Genau, da verschenke ich gerne auch mal ein oder zwei. Sollte man mich abonnieren? Ja. Sollte man mich favorisieren? Ja. Daumen hoch geben? sagst.